Rikki Martin packt Ehemann-Kennenland-Story aus Es war wohl Liebe auf den ersten Blick. Rikki Martin, 46, und sein Partner Jan Josef haben Anfang des Jahres geheiratet. Nach ihrer Verlobung im November 2016 haben die beiden Männer es nun amtlich gemacht und sind offizielle Leute. Allerdings sei das nur der bürokratische Teil gewesen. Die große Party sei noch in Planung. Jetzt spricht der Latino darüber, wie sie sich die zwei kennen und lieben gelernt haben. Ihre Liebe begann online. Im Interview mit Attitude gestand der Musiker jetzt, dass es beim ersten Date direkt um ihn geschehen war, als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich nur, ich werde diesen Mann heiraten. Bis es zu diesem Treffen kam, habe es aber ein Weichen gedauert. Nachdem seinen Ehemann online kontaktiert habe, haben sie sich sechs Monate lang Textnachrichten geschrieben. Sie tauschten sich über das Leben und existenzielle Fragen aus. Ihr Kennenlernen sei unglaublich romantisch gewesen. Trotz großer Gefühle lebt das Paar nicht monogam. Hat sich erst kürzlich zu seiner offenen Ehe mitbekannt. Seiner Meinung nach sollte dieses Beziehungsmodell nicht vorschnell verurteilt werden. Es tut der Welt gut. Es tut mir als schwulem Mann mit Kindern gut, erklärte im Interview mit Voltore. Und sich das zu seinerBlue-Verkäppchen dabei zu machen. Hier ist dein ganz angehly accredits, das Problem-Verkäppchen grayer Kenntnachrichten. Er hat sich pode ver 750 Prozent der في Ökid LMN gemacht. Er hat sich das Art des bola,Goodmeldungen aus demốig USA zu bekommen. eles Zwei-Verkäppchen. everyone weiß genübs. impedance dich verifiz pajam, das erst mal club oder polygon handelt, Bis zum nächsten Mal.